Ich habe Thomas Gottschalk heute noch im Flugzeug gesehen. Wir sind heute zusammen aus Köln nach Berlin geflogen. Ja, mit Air Berlin. Ich dachte, Gottschalk fliegt wahrscheinlich nur in Business Class. Gibt es ja gar nicht bei Air Berlin. Wohl doch. Aber es ist wohl angeblich... Egal. War es gut? Ja, ich freue mich drauf. Also, Thomas Gottschalk hat mich meine ganze Kindheit begleitet. Wir haben immer Samstagabend. Wenn Wettendass kam, durfte ich auch mal Fernsehen. Und dann hat die ganze Familie mit Eis vor dem Fernseher geguckt. Insofern finde ich toll.